Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über die Rheinmetall-Prophezeiung, ein Erlaubnis für die Lufthansa und gute Tage für E-Auto-Aktien. Im Thema des Tages stellen wir euch den perfekten Trump-Trade vor und in der AAA-Idee präsentieren wir euch einen Pharma-Langläufer aus Ungarn. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Eckert und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Donnerstag, der 4. Juli und wir wünschen euch einen unabhängigen Start in den Tag. Ja, unabhängig, weil die Amerikaner ja heute ihren Independence Day feiern. Und finanzielle Unabhängigkeit, das ist ja auch das, was wir hier anstreben und was wir euch versuchen zu vermitteln. Die Märkte waren gestern erstaunlich mutig und optimistisch dafür, dass die US-Börsen ja heute an Nationalfeiertag geschlossen sind und niemand weiß, was über das verlängerte Wochenende so alles passieren wird. Der DAX, der kletterte um 1,2 Prozent auf 18.375 Punkte und auch an der Wall Street ging es gestern kräftig nach oben. Na, eigentlich auch nicht so richtig positiv. Fed-Chef Jerome Powell hat die Erwartungen auf lockere Geldpolitik in den USA gedämpft. Eine Zinssenkung wird es erst dann geben können, wenn sich die Inflation sicher Richtung Zielmarke 2 Prozent bewegt. Rund um die US-Wahl gibt es ebenfalls jede Menge Unsicherheit, dazu gleich mehr im Thema des Tages. Aber auch die britische Unterhauswahl bewegt die Marktteilnehmer. Dieses Mal wird da allerdings keine große Überraschung erwartet. In der Vergangenheit hat ja so eine Unterhauswahl die Märkte auch schon mal kirre gemacht. Aber jetzt wird weithin mit einem Sieg von Labour gerechnet und Labour wiederum ist dieses Mal mit einem eher moderaten Programm angetreten. Entgegen der insgesamt guten Marktstimmung gab es aber auch einige Verlierer in Deutschland bröckelten die Kurse von Hannover Rück und Münchner Rück weiter ab. Die beiden Rückversicherer leiden weiter unter dem frühen Beginn der Hurricane-Saison und den befürchteten Mehrkosten. Beide Aktien waren gestern nochmal so rund ein Prozent im Minus. Bei Siemens Energy setzten sich die Vortagsgewinne fort. Nach der Ankündigung 1,2 Milliarden Euro zu investieren und 10.000 Jobs im Bereich Energienetz zu schaffen, stieg die Energy-Aktie weiter auf 26 Euro. Der große Gewinner am deutschen Kurszettel hieß gestern aber Rheinmetall. Genau und an dieser Stelle muss ein lauter Shoutout für unseren Weltkollegen Gerhard Hegmann her, denn der hatte nämlich schon vor wenigen Wochen prophezeit, was gestern dann Realität wurde. Der deutsche Rüstungsriese Rheinmetall und der italienische Konkurrent Leonardo, die schmieden ein europäisches Bündnis zum Bau von Panzern. Erstes Ziel der Allianz mit dem italienischen Konzern sei die Entwicklung von zwei Systemen, ein Kampfpanzer und der Lynx-Plattform als Schützenpanzer für die italienische Armee. Das teilten die beiden Unternehmen am Mittwoch mit und sie unterzeichneten eine Absichtserklärung für die Schaffung eines Gemeinschaftsunternehmen, an dem die beiden Partner jeweils die Hälfte der Anteile halten werden. Und das weckte selbst bei der schon sowieso so gut gelaufenen Rheinmetall-Aktie neue Kursfantasie und sorgte für einen Plus von 5 Prozent. Seit Jahresanfang ist das Papier 76 Prozent im Plus und auch die Leonardo-Aktie gewann gestern in Mailand 4 Prozent dazu. Bei den deutschen Nebenwerten war am Mittwoch einiges los. Die deutsche Lufthansa im MDAX verbuchte einen Plus von mehr als 3 Prozent. Grund war da, dass die europäischen Wettbewerbshüter der Kranich Airline die Übernahme des italienischen Konkurrenten ITER erlaubt haben. ITER, das ist die frühere Alitalia und mit der Übernahme kann die Lufthansa nun Rom zu einem neuen Flugdrehkreuz ausbauen. Richtig abgehoben ist der SDAX-Wert Krenke mit plus 17 Prozent. Der Leasing-Spezialist hat im zweiten Quartal Neugeschäft von 790 Millionen Euro erzielt, 21,5 Prozent mehr als im Vorjahr und damit ein neuer Rekord. Trotz des Kurssprungs steht Krenke unterjährig gerade mal bei plus minus null. An den US-Märkten war am Tag vor Independence Day Tech Party. Abgesehen von der Tesla-Aktie, die sich am Mittwoch nochmal um 6,5 Prozent verbesserte, gab es kräftige Zuwächse unter anderem bei NVIDIA, Broadcom und Micron Technology mit 3 Prozent bis 4,5 Prozent lagen die alle ziemlich deutlich im Plus. Die Apple-Aktie ist gestern nicht ganz so stark gestiegen, schloss aber auf einem Rekordhoch bei 221,55 Dollar und das Gleiche gilt für Microsoft. Auch da ein Rekordhoch auf Schlusskursbasis bei 460,77 Dollar. Ein Wort noch zu den E-Auto-Aktien. Wie Tesla haben zahlreiche Konkurrenten aus dem Reich der Mitte in den letzten Tagen ganz gute Auslieferungszahlen präsentiert bei NIO, Xpeng oder Xpeng, glaube ich heißen die. Und auch Li-Auto ist ein klarer Aufwärtstrend erkennbar, der sich auch in den Aktienkursen spiegelt. Denn all die besagten Papiere haben in den letzten Tagen zwischen 10 und 20 Prozent an Wert gewonnen. Schauen wir kurz auf die Termine. Das ist wirklich nicht viel heute, wenig los. Wir haben es gesagt in Amerika ja Independence Day, von da kommen also keine Impulse. Eine wichtige Entscheidung heute bei uns in Europa, die Frist für die EU-Entscheidung über mögliche Strafzölle für chinesische Elektroautos läuft ab. Und die EU-Kommission ist fest entschlossen und wird dann tatsächlich wahrscheinlich heute diese Strafzölle erstmal beschließen. Und mal gucken, was das für die Kurse bedeutet. Das Thema des Tages. Wir hatten euch ja vor ein paar Tagen von den Profiteuren eines Erfolges von Donald Trump bei den Präsidentschaftswahlen in Amerika berichtet. Und dieser Erfolg, der wird ja immer wahrscheinlicher. Dabei haben wir ganz kurz von dem Phänomen des Steepening gesprochen. Also davon, dass die Renditen von Staatsanleihen am langen Ende eher steigen und am kurzen Ende eher niedrig bleiben. Und genau dieses Szenario ist es, das alle erwarten, wenn der Republikaner an die Macht kommt. Der Grund, Trump steht für eine lockere Geldpolitik, also niedrige Zinsen. Und weil das auf einen ziemlich lukrativen Trump-Trade hinauslaufen könnte, wollen wir dafür euch nochmal genau drauf schauen. Die aktuelle Situation ist die, während die kurzlaufenden Anleihen Zinsen in der Nähe des Leitzinses bringen, muss der US-Staat für langlaufende Anleihen derzeit weniger bieten. Papiere mit zweijähriger Restlaufzeit stehen für 4,8 Prozent Rendite pro Jahr und Papiere mit zehnjähriger Restlaufzeit für 4,5 Prozent. Die Renditen am langen Ende werden von der Einschätzung der wirtschaftlichen Aussichten Amerikas bestimmt, besonders von der erwarteten Inflation, vom erwarteten Wirtschaftswachstum und von der erwarteten Verschuldung. Auf das kurze Ende hat dagegen die Notenbank, die Federal Reserve, den größten Einfluss. Trump will jetzt aber die FED stärker an die Kandare nehmen und einen FED-Chef installieren, der für niedrige Zinsen sorgt. Und hier wird es jetzt spannend. Damit nämlich könnte sich die Renditesituation am kurzen und am langen Ende umkehren. Also kurzlaufende Staatsanleihen könnten künftig niedrigere Renditen bringen als langlaufende und zwar markant niedrigere. Da haben wir nämlich den Umschwung, der als besagtes Steepening bezeichnet wird, gewissermaßen ein steiler werdender Zinskurve. Ja und an den Kapitalmärkten, da lässt sich bereits beobachten, dass sich Akteure auf genau dieses Szenario einstellen. Der Renditeabstand zwischen der 10 und der zweijährigen Anleihe hat sich bereits von minus 50 auf minus 29 eingeengt. Die Kurve ist im Jargon der Bonnhändler steiler geworden. Und negativ ist dieser Abstand deshalb, weil normalerweise zu erwarten wäre, dass langlaufende Anleihen mehr abwerfen als kurzlaufende. Mit den Jahren nimmt er das Risiko eines Zahlungsausfalls zu. Investoren müssen länger auf ihr Geld verzichten und daher verlangen sie normalerweise einen Aufschlag in höhere Zinsen. So ist da die Logik. Wenn das in den vergangenen Jahren anders war, so ist dies eine Anomalie, die sich daraus erklärt, dass die Zentralbanker den Leitzins in ungewöhnlich kurzer Zeit nach oben gewuchtet haben, um die stärkste Inflation seit vier Jahrzehnten einzudämmen, wir erinnern uns. Anders als früher können heute auch Privatanleger an einem solchen Umschwung am Bondmarkt partizipieren. So hat die Investmentgesellschaft Amundi einen Indexfonds aufgelegt, der dann im Wert gewinnt, wenn die Zinskurve steiler wird. Dieser ETF heißt Amundi US Curves Deepening 2-to-10-Year ETF und er verwandelt die sich verändernde Zinsdifferenz zwischen zwei und zehnjährigen US Treasuries in Rendite, an der ihr dann teilhaben könnt. Je steiler die Zinskurve wird, desto höher klettert der Kurs des ETF, dessen Wertpapierkennnummer wir natürlich in die Shownotes stellen. Natürlich. Historisch gesehen lag die Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen bei 92 Basispunkten, also 0,92 Prozentpunkten. Und das wäre gleichbedeutend mit einem Wertanstieg des ETFs um rund sieben Prozent. Sollte der Trump-Trade seine volle Wucht entfalten, wäre eine weitaus höhere Zinsdifferenz und damit ein zweistelliger Wertswachs beim ETF drin. Der bekannte Fondsmanager Henrik Leber, der hatte hier bei Alles auf Aktien mal gesagt, ich zitiere mal, Ich will wieder eine positive Differenz zwischen lang- und kurzfristigen Zinsen sehe und fange erst ab einem Prozentpunkt an, in die Zufriedenheitszone zu kommen. So nannte er das damals. Und diese Zufriedenheitszone, die bezeichnet er nämlich dann als Normalzustand. Es geht auch noch spekulativer. Man kann nämlich auch auf die Zinshöhe bei den langlaufenden Anleihen spekulieren. Der Amundi US Treasury Ten Year Daily 2x Enverse ETF setzt mit Hebel 2 auf einen Anstieg der Zinsen bei zehnjährigen Staatsanleihen. Und der Wisdom Tree US Treasuries Ten Year 3x Daily Short, der macht das gleiche mit Hebel 3. Aber ein Hinweis der Warnung, gehebelte Indexfonds bergen immer das Risiko, dass Anleger mit ihrem Geld sehr viel Geld verlieren, wenn die erwartete Entwicklung nicht so eintritt. Und wenn in dem Fall nicht dieser Anstieg der Zinsen am langen Ende kommt, dann würdet ihr mit diesen ETFs Geld verlieren und nicht gewinnen. Und so könnte Trump als Präsident ja womöglich eine ganz andere Politik machen, als derzeit erwartet. Das wäre nicht das erste Mal. Oder die US-Wirtschaft könnte in eine Rezession rutschen. Ein Konjunkturabschwung geht meist mit sinkenden Zinsen am langen Ende einher. Möglich wäre auch, dass die Demokraten einen anderen als Joe Biden nominieren und sich dann im Kampf um das weise Haus am Ende doch durchsetzen. Möglich ist vieles. Werbung Ola aus Palma, ich bin Ingo Wohlfeil, Mallorca-Experte, Inselkenner und Ballermanologe. Und ich bin Stefan Netzeband, sozusagen der Podcast-Kapitän von BILD. Und zusammen machen wir das 17. Bundesland, den Mallorca-Podcast. Jede Woche hört ihr von uns News, Klatsch und Tratsch von der liebsten Urlaubsinsel der Deutschen. Und Ingo schleppt auch jede Woche tolle Interviewpartner an. Musiker, prominente Inselbewohner, Szenekenner oder Reiseexperten. Also wenn ihr Mallorca mögt und den Podcast noch nicht kennt, schaltet doch mal ein. Das 17. Bundesland, jeden Sonntagmittag, überall, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende. Die AAA-Idee des Tages Nach Finnland, Schweden und Griechenland füllt uns unsere Multi-Backer-Reise heute in den Osten Europas. Zur Erinnerung, Holger und ich, wir sind ja komplett quantitativ vorgegangen auf der Suche nach Multi-Backern. Wir haben nicht nach bestimmten Geschäftsmodellen gesucht, sondern einfach nach Firmen, die gute Zahlen über längere Zeit vorzuweisen haben. Und man kann schon sagen, es war dann doch eine Überraschung, wie viele Wachstumsfirmen Europa vorzuweisen hat. Absolut. Unser heutiger Multi-Backer heißt Gedeon Richter und das ist ein Pharmaunternehmen aus Ungarn, das die gesamte Wertschöpfungskette vom Forschen und Entwickeln neuer Medikamente über die Produktion bis hin zu Vertrieb und Marketing unter einem Dach vereint. Also viele ungarische Firmen kennt ihr vermutlich nicht und wenn Gedeon Richter sich in dem international ziemlich umkämpften Markt behauptet, dann müssen die schon einiges richtig machen. Gedeon Richter kann auf eine lange Historie als Pharmaunternehmen zurückblicken. Gegründet 1901 wurde die Firma dann nach dem Zweiten Weltkrieg in der kommunistischen Ära verstaatlicht. Und nach der Wende wurde der Traditionskonzern wieder privatisiert. Das war 1994 und damit ging Gedeon Richter als erste osteuropäische Pharmafirma an die Börse. Die Wachstumsraten sind jetzt vielleicht nicht überschäumend gut, aber immerhin zeigen die Bloomberg-Daten ein elfprozentiges Umsatzwachstum und ein fast ein dreimal so hohes Gewinnwachstum, also ein Gewinnwachstum im Bereich von so 30 Prozent. Ja, genau dieser operative Hebel, also dass der Gewinn viel kräftiger steigt als der Umsatz, macht Gedeon Richter für euch als Investoren interessant. Die Firma steht heute für ein Portfolio von 200 Medikamenten, Originalpräparate, aber auch Generika, die über den Preis konkurrieren. Die Medikamente kommen aus den Bereichen Frauenheilkunde, zentrales Nährungssystem und Herzkreislauf. In jüngerer Zeit sind auch Biosimilars dazugekommen, in dem Fall im Bereich Osteoporosebehandlung sowie Nahrungsergänzungsmittel. Ja, das Firma-Geschäft ist ja nie ein Selbstläufer und so einfach skalieren wie Software lässt sich das alles nicht. Aber Analysten beurteilen die Aussichten der Ungarn als gut, zumal sie bei den Nachahmerpräparaten mit Preisvorteilen und Made in Europe punkten können. Knapp zwei Drittel der Experten raten daher zum Kauf, gut ein Drittel sagt halten. Made in Europe ist wirklich besonders, muss man sagen, wo wir doch alle diese Lieferschwierigkeiten, Versorgungsschwierigkeiten hier in Europa haben. Das könnte ein wichtiger Punkt sein. In den letzten zehn Jahren hat euch die Aktie, die ihr bei den meisten Brokern doch ziemlich problemlos handeln könnt, inklusive Dividende, knapp 10% Wertzuwachs pro Jahr gebracht. Den fairen Wert der Aktie sehen die Analysten aber bei rund 20% über dem aktuellen Niveau. Behalten Sie recht, dann geht die Reise von Gedeon Richter weiter. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an AAA-atwelt.de, also AAA-atwelt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung auf eurem Podcast-Spieler. Unser Hörer Ersan hat eine Frage zur Telekom-Aktie. Die hat er sich 2021 für 14,92 Euro gekauft, schreibt er. Nun steht in der Broker-App, dass der Kaufpreis 12,32 Euro ist. Woran liegt das, dass mein Einstiegspreis runtergegangen ist? Ja, Ersan, die Frage können wir dir beantworten. Die Deutsche Telekom gehört zu den wenigen Firmen, die ihre Dividende aus dem Einlagekonto bestreitet. So heißt das Einlagekonto. Was das genau ist? Ja, eine Finesse des Steuerrechts. Aber es hat den Vorteil, dass auf die Ausschüttung keine Abgeltungssteuer anfällt. Dafür wird dann dein Einstiegspreis rechnerisch runtergesetzt. Wenn du die T-Aktie irgendwann mal verkaufst, ist dein Kursgewinn also größer und du musst dann mehr Abgeltungssteuer zahlen. Mehr als eine Steuerstundung ist es nicht. Aber erstmal kannst du dich über eine Dividende freuen, bei der Brutto gleich Netto ist. Wow, stark Daniel. Steuerchecker Eckert hat gesprochen. Das nenne ich mal Nutzwert. Und ich schließe an, dass wir hier an dieser Stelle mal ausnahmsweise Werbung in eigener Sache machen, nämlich in eigener Weltsache. Weil es auf unserer Webseite jetzt TTS für alle Plusartikel gibt. Und was heißt das? TTS steht für Text-to-Speech und bedeutet, dass Abonnenten jetzt alle Artikel nicht nur lesen, sondern sich auch anhören können. Quasi eine Mischung aus Podcast und Text und Audio gehört die Zukunft. Das wisst ihr natürlich schon lange. Und damit es auch alle anderen erfahren, abonniert uns doch bitte, sprecht über uns und empfehlt uns euren Lieben. Und wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcast gibt.